so hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen video von uns und diesmal hier live aufgenommen und wie man hier sieht gibt es hier eine sehr große platte denn es geht jetzt um unseren richtigen hauptbahnhof wir haben zwar schon mal ein video hochgeladen mit dem hauptbahnhof das ist allerdings von unserer anlage die da draußen ist und jetzt ist die zweite ja dort und das ganze wird ja durch eine zehn meter lange brücke verbunden und in dieser zehn meter brücke wird der richtige hauptbahnhof gebaut und das ist eben mit dieser platte und die kommt dann sozusagen hier hin und grenzt dann hier an unsere zweite anlage die man ja hier drüben komplett sieht und da beginnt ab dort praktisch dann mit unserem magnet system die ganze brücke die dann raus bis zu unserer hauptanlage geht über die wir jetzt schon die ganze zeit unsere videos hochgeladen haben und wie gesagt dieser bahnhof hier da jetzt gebaut wird grenzt dann gleich hier dran und geht hinten weiter mit der ganz normalen brücke die dann zur anderen anlage verläuft und wie gesagt geht es jetzt hier um den hauptbahnhof das heißt das hier war der alte schattenbahnhof von unserer alten anlage und die gleise sieht man jetzt auch schon hier die restlichen liegen hinter mir und als ersten schritt wird praktisch das ganze hier einmal mit ganz normaler schwarzer farbe deswegen liegen auch hier schon die pinsel angemalt und zwar habe ich mir da hier das ganze schon mal eingezeichnet also hier vorne ist die anbindung diesen strich entlang sozusagen komplett dass hier wird der ganze bahnhof die ganzen gleise sein das würde dann im ersten schritt halt mit dieser schwarzen farbe erstmal angemalt und im nächsten schritt würden darauf dann die ganzen gleise darauf gebaut werden da haben wir hier auch unsere ganzen schrauben und da das ein kopfbahnhof wird sind hier die ganzen brellwöcke sind insgesamt neun stück an der zahl wir benötigen aber für diesen bahnhof nur sieben soweit ich das jetzt richtig in erinnerung habe oder ich halt nichts mehr von der planung ändern im prinzip wie gesagt wird das jetzt schwarz angemalt dann werden die gleise drauf befestigt mit diesen schrauben und zwischendrin zwischen den gleisen dann also wenn man jetzt die gleise natürlich so hat hier zwischendrin da wird dann noch gleisrotter kommen allerdings habe ich den noch nicht da beziehungsweise ich habe nur kleine reste und da muss ich halt mal schauen wie weit das kommt und ansonsten werden das dort zwischendrin natürlich überall schrittweise dann auch die ganzen bahnsteige gebaut so und dann habe ich jetzt hier nur kurz das mittelstück von unserem bonner hauptbahnhof mal mit rausgeholt davon gibt es ja auch schon ein video und genau dieser wird dann praktisch hinten so praktisch mit angebaut und hier davor verlaufen alle anderen gleise und wie das ganze am ende aussieht das sehen wir dann aber als erstes wie gesagt geht es jetzt daran dass das hier alles so wie ich es gerade erklärt habe gebaut wird so schritt nummer eins ist erledigt die schwarze farbe wurde aufgetragen jetzt kann das ganze natürlich erstmal hier komplett trocknen und hier hat man jetzt natürlich noch die kleinen löcher wo vorher die anderen weichen waren wo die ganzen kabel hier durch gingen aber das ist jetzt nicht so schlimm insgesamt wird das ganze jetzt wie gesagt erstmal trocknen und dann geht es weiter dass die kompletten gleise befestigt werden so im nächsten schritt haben wir jetzt mal das ganze gebäude aufgebaut bzw hingestellt und also hier muss das natürlich noch ein bisschen näher dann zusammengestellt werden das ganze wird ja auch noch beleuchtet und insgesamt haben jetzt hier die gleise mit den breiböcken einmal aufgebaut das heißt die ganzen gleise sind jetzt alle mit den schrauben wo jetzt nur noch ein paar wenige übrig sind komplett befestigt wurden und so sieht das ganze dann aus hier die zwei kleineren abstellgleise und hier vorne die etwas längeren und im nächsten schritt findet praktisch die gestaltung statt sprich hier vorne irgendwo müssen natürlich auch noch die parkplätze hin und dann natürlich die ganzen bahnsteige mit den figuren das heißt wie gesagt im nächsten schritt ist die ganze gestaltung dran